Hey Freunde, damit kommen wir zu Wolf Herausforderung Phase 4 von 5. Eliminiere Würfelmonster in der Kippwelt mit einer Nahkampfwaffe. Insgesamt müssen wir da 5 Stück eliminieren. Die Nahkampfwaffe ist natürlich die Spitzhacke. Und ich empfehle euch, macht die kleinen Würfelmonster, denn die großen schlucken zu viel Schaden. Die Kippwelt finden wir natürlich hier an dem orange benannten Ort. Oder hier halt die Kippwelt Anomalien, wovon wir immer 3 Stück auf der Karte haben. Ich empfehle euch, macht das aber ganz normal hier in der normalen Kippwelt. Dazu gehen wir dann hier einfach rein. Und wie gesagt, hier die kleineren. Damit hätten wir schon 1 von 5. So, holen wir uns hier gleich den zweiten. Und dann hier den dritten. Zack, wenn ihr sterbt, ist es nicht so wild. Geht einfach in eine neue Runde und holt euch dann die restlichen. So, hier wieder in der neuen Runde. Und dann holen wir uns hier den vorletzten. Und hier den letzten. So, und damit hätten wir die Herausforderung dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020